Guten Abend miteinander. Gegen den grossen Durst empfiehlt Ihnen Gobe Iced Tea mit Zitrone und Vitamin C. Iced Tea gibt es im Beutel zum selber anrühren oder fix fertig im praktischen Pure Pack. Bei Gobe gibt es übrigens auch Iced Coffee, ein herrliches Sofortgetränk, den man in die kalte Milch einrühren, kalt stellen oder mit Eiswürfeln servieren. Nach den Ferien bleiben die schönen Erinnerungen und die Fotos. Bei Gobe sind jetzt alle Standardkopien besonders günstig und zu entwickeln ist sogar gratis. Neu gibt es die Idealkopie mit 18% mehr Bild. Auch diese neue Kopie mit dem grösseren Bildanteil offeriert Ihnen Gobe jetzt zu einem besonders vorteilhaften Preis. Blau, Rot, Weiss. In diesen typischen Sommerfarben gibt es jetzt drei neue Dynastie-Quarzsäuren. Topmodisch, stosssicher, wasserdicht bis 30 Meter und mit 12 Monaten Garantie. So, es ist Zeit für die Aktionen. Auf Wiedersehen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Gobe zwei Becher Planta-Margarine statt 4,30 nur 3,60. Zwei Becher Tamtam-Flan statt 1 Franken nur 75 Rappen. Zwei Flacons Nivea-Dusche statt 7,90 nur 5,90. Zwei Flacons Backdusche, Sport statt 7,20 nur 5,60. Zwei Flacons Taiti-Dusche, Sport oder Charme statt 7,20 nur 5,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag eine Himbeer-Roulade statt 3,30 für nur 2,60. Ausländische Nektarinen per Kilo nur 2,50. Auf Wiedersehen.